Sooo! Willkommen zu einer neuen Folge von unserem Let's Play Together Minecraft! Minecraft! Ja, wir sind hier unten in meinem Keller und... Im Schulkeller? Ich wurde gewissen die Ansage zu machen. Ich bin gerade dabei, meinen Keller zu restaurieren. Hab festgestellt, dass mir das eigentlich gar nicht so gefällt, wie ich es gemacht habe. Oh Gott. Ich kann hier wieder ein bisschen was umbauen. Nein! Doch! Ich wette nur, dass es hier so eine mittlere Brücke gibt. Mehr ist auch gar nicht notwendig. Nö, wirklich nicht. Aber ich find's eigentlich ganz cool. Da muss man vor dein Fenster auch noch kommen. Bitte? Warum muss man vor dein Fenster kommen? Das ist die Frage. Du kannst doch das Fenster bis nach unten durchziehen. Genau, das hab ich nämlich auch vor. Dass es einfach nur hell ist. Nur schön Licht. Da kommt eine komplette Fensterfront hier. Ja, genau. Schau's mal um. Dann werden wir uns später das zusammen mal angucken. Jawohl. Dann werden wir wieder hochgehen in Sebastians Schloss. Yeah. Okay, die Treppe machen. So, dann müssen wir mal gucken, wo haben wir eigentlich Sandsteine nochmal? Höchst und rein. Ey, bei Sand. Nein. Bei Sand und Kies. Wo war Sand und Kies da? So, dann nimmt ich gleich noch ein bisschen mehr mit. Ist besser so. Hä? Holy shit. Oh, mein Wassergefall gefällt mir aber auch. Oh, mein Wassergefall gefällt mir aber auch. So, jetzt wird die Wand jetzt hier aus Sandstein erstmal hochgezogen. Verdammt. Das war zu viel. Das war zu viel. Achso. Okay. Was ist los? Geheimgang. Was? Wie Geheimgang? Was Geheimgang? Der ist offen. Welcher? Den könnte man auch komplett zu machen. Den brauchen wir doch eigentlich gar nicht, oder? Ach, der Geheimgang. Ja, ich weiß. Den, den wir gansam hatten. Eigentlich plant BLP eigentlich mal gebaut hat. Nie genutzt wurde. Nie genutzt wurde. So sieht das aus. War ne coole Idee von denen, aber mehr auch nicht. Verdammt. Ich hab mir, also ne, ich hab's hier in der LP noch nicht gesagt. Also, ich hab letztens mal die Scheiß-Bix-Videos von denen gesehen. Wo die, äh, uns provoziert haben. Und hat sich ja im Nachhinein mal rausgestellt, dass das komplett so, wie ich's erwartet habe, von denen, ähm... Geplant war. Geplant und inszeniert war, ja. Äh, was hasse ich ja total. Deshalb? Gibt's da noch eine Antwort? Mhm, aber dazu später. Ja, nicht später. Ja, nicht später. Einfach in einer anderen Folge. Ich hab mir da schon was ausgedacht, was man da machen kann. Das ist ziemlich cool, ey. Wir werden, sag's mal so, wir werden dran erinnern. Tag, an dem sie uns... Weiße, keine Schaufel mehr. So... Axt mehr. Uh... Er hat keine Axt mehr. Aua. 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 Das war's. Ah, hey, was war das denn? Boah, was ne Scheiße. Was ist dir passiert? Ich hab grad Fichtenholz abgebaut. Das wollte ich eigentlich nicht abbauen. Ja, dann mach ich jetzt erstmal das Ding Gedicht, das hier unten. Ja, was hab ich schon hier an Kram bei, ey, das gibt's doch gar nicht hier, wo ich den Scheiß wieder aufgesammelt. Sooo... Ja, so ein bisschen, ne? Ah, gut, ach, gehört das dazu. Ab bisschen. So, das hier nehmen wir, ja, nehmen wir das hier wieder raus, so. Hier kommt ein Fenster rein. Hier kommt ein Zweifachfenster rein. Sooo... Und hier oben machen wir ja auch, mach ich ja auch noch was rein. Da kommt... Wo machen wir das? Nein! Wir haben jetzt hier ein Fenster, dann kommt da, haben wir das. Also muss eigentlich hier muss ein Fenster rein. Oh, cool. So. Na, perfekt, würde ich mal sagen. So. Ähm... Ähm... Joa... Joa... Ach, hier hau ich auch noch ein Fenster. Ne, ich werd nicht alles so. Dann hau ich hier auch noch ein Fenster rein. Hier haben wir ein Fenster, dann haben wir da ein Fenster. Und dann hau ich hier auch noch ein Fenster rein. Bei hier... Eins, zwei, zwei, drei, vier, genau. Ja, was hab ich denn für ein Scheiß hier schon wieder mit, Alter. Man kann hier noch einen Ofen hin und hier einen Ofen hin und hier können die... Nein. Das ist blödsinnig. Eigentlich wäre es besser, wenn ich das Ding hier hinmache. Sooo... Oh, scheiße. Gerade an links gefunden hab, an Kohle, direkt an der Treppe. Ja, das ist unglaublich. Joa, das sieht generell eigentlich so schon ganz cool aus. Gefällt mir. Dann kipp ich den Daumen nach oben. Wo ist doch ein Rad am Wander, ey. Sooo... Falsch. Na, ich nehm mir noch mal einmal mit. Genau. Ich denke, die werde ich nicht brauchen, aber... Gucken wir mal. Schauen wir mal, was sich so ergibt dann jetzt hier noch. Da werde ich später dann nochmal nachbessern mit Fichtenholz. So, dann fahren wir mal. Nachbessern! Mal. Ich denke mal. Oh, nee. Ich bin hier. Und hier. Ich bin hier. Und hier. Ich bin hier. Hier. Und hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Wiem. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Hier bin hier. Wenn ihr euch fragt, wo der denn ist Er ist nicht da Er ist dann in die nächsten Der weiß nämlich noch gar nicht, dass wir jetzt gerade aufnehmen Er ist nur leider da Nicht da Er glänzt mit seiner Abgesenheit Wir wissen aber auch nicht, wo er ist So Und jetzt Zack, kommen hier auch wieder ein paar Nein, doch man Das hätte er gar nicht machen müssen Wach dich, wach dich und du explodierst auf der Treppe Ja, piste ich Bin ich Stein mitgenommen Bin ich Stein mitgenommen So Jetzt war es Den Tunnel hier drei Steine breit zu machen, war falsch Das ist total schwach Das sah kacke aus irgendwie Ah, unser Getreide ist bald wieder fertig Ja, lass uns einen Feiertag machen Nein Herrlich, ey, herrlich Oh, scheiße Die schöne Der schöne Ausblick auf Dennis, sein Schiff auf dem Hafen Auf den Leuchtturm Sehr geil Eintritt verlangen Mö So hat man recht kostenfrei Für Freunde Ach, aber da du kein Freund bist Kostet's Ich auf den Leuchtturm, da kostet mich nichts Dann hast du keine Aussichtsplattform, so wie ich sie habe Ich auf Tims Turm Der ist, äh, ab jetzt auch kostenpflichtig Und? Brauche ich mal selbst ein Haha Ah, du hast doch schon nix ein Aber in ne falsche Richtung Ja, wenn das Katapult fertig ist, plant BLP kaputt Ich krieg mir rein, nicht dahin Das Ding muss ich hier noch dicht machen So Dann muss ich hier jetzt nochmal Fichtenholzen setzen Oder würde es auch so gehen Alter, das Ding ist besser Das denke ich ist besser so Ähm Tim Wie machst du gesagt? Ja Ich brauche deine Hilfe Na klar Deine Hilfe als Architekt Schon mal gesehen, dass irgendeines von meinen Sachen, die ich hier mache, cool aussehen Ich nehme mich noch nicht Ja, ich schon Was sieht so cool aus, die ich gebaut habe Dein Turm, dein Keller, den du gemacht hast, dass du den nochmal wieder abreißen willst Ja, den habe ich jetzt noch geiler gemacht Ja, der komme ich mal gerade runter Ich habe gemerkt, dass ich mir nämlich, ähm, nicht viel wegnehme Das ist doch jetzt viel nicer Weil jetzt ist das, jetzt hast du, jetzt hat man, jetzt wird es die riesen Fensterwand geben, ja Ja Dann ist das nicht so, durch das Komplett umzäunte, habe ich das Gefühl, ich würde mir sehr viel wegnehmen Du hast ja irgendwo ein Monster Ja, die sind draußen Dann wird es noch eine zweite Etage unten geben, die wird dann eine Aussichtsplattform in Richtung Fenster haben Ah, okay Okay Da baue ich gerade die Treppe runter dazu Das ist behoben Holz, okay Aber du bist ja nicht hergekommen, um dir das anzugucken, was ich gemacht habe, sondern um meine Meinung zu hören Genau Dafür müsstest du auch mal einmal nach oben kommen Ich werde jetzt drei Wochen hier unter Tage Du weißt doch gleich, wie oben aussieht, ne Ich habe vergessen, wie oben aussieht Ich muss immer essen Ich muss immer essen So Ach nein Ach nein Dieses Golem guckt zu mir rüber Ja, ja, die Golems Ja, ja Die sind praktisch, ja Joa, die killen die Monster, die bei uns sind, ne Die bei uns im Dorf sind Irgendwie kommen immer noch welche hochgeschwind So Ah, ich sollte ja rauskommen, gell Hm Na gut Ah, okay Wie sehen sie das, wenn du so richtig gerade im Flow bist und es einfach läuft Ja, dann ist das gut, wenn dich da gerade mal jemand rausholt Ja Ah, was lücken So doof, ey Wieso, was machst du schon wieder? Da ist ein Zombie auf die Treppe hochgegangen Guckt mich an, lauft runter und stirbt Durch den Fall Was würdest du für ne Decke machen? Keine Ahnung Ich glaube ne Flachdecke, oder? Ja, ne, äh, was für ein Holz, was für ein Stein, Stein, Holz Guck dir mal von meinem Turm aus Oder Gras 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 ist natürlich auch so nett Sandstein ist richtig geil, was du da gemacht hast Hm Was sieht denn überhaupt mit der Zeit aus? Ja, wir sind bei 20 Minuten gleich angekommen Aber Das Problem lösen wir jetzt erstmal, bevor wir Bevor wir weitermachen Jung Ziegelstein sieht blöd aus Also der Tonziegelstein Tonstein, Tonziegel Mal an Auch mit einer schönen Terrasse Ja Sagst du bist nicht kreativ? Die Terrasse ist ein Traum, ey Ja, gute Frage Also Flachdach würde ich machen Okay Oder 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 so leicht Leichte Spitzdach, wie du das da vorne hattest Hm Aber nur mit einer Höhe Weißt du, das ist so Ja, hier wird es ja eh nicht hoch Achso, 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 achso Mit einer Mit einer Stufe Ja Du würdest mal aus dem Holz versuchen, wie du auch den Boden hast Aus Sichtnolz, okay Ja, um einfach mal da zu gucken, ob das vielleicht nicht der Weg ist Mhm Aber ich find's saugeil, was du gebaut hast Ich soll auf jeden Fall Tito herausfordern und sie muss ihren Baumhaus sowieso versetzen, weil das viel zu nah an unserem anderen Ding dran ist Ja Und weil's scheiße aussieht Das hast du jetzt gesagt Ja, schon ganz oft Das haben wir schon oft gesagt, dass das kein Baumhaus ist Ja Wenn du noch die Wand verschwinden, ist richtig geil Ja, ich find's gut So Sind wir am Ende Jawoll Dann danke fürs Zuschauen Wollte ich mal sagen Bis zum nächsten Mal Tschüüüü!